Hallo und herzlich willkommen zum neuen Unboxing-Video von Acfeo. Mein Name ist Lars Brückner und ich möchte euch heute zeigen, was wir hier in dieser Box versteckt haben. Der Karton hat einen Aufkleber und dort auf dem Aufkleber sehen wir interessante Angaben. Limitierte Sonderausgabe, jetzt inklusive Over-Ear und On-Ear-Pads. Das scheint irgendetwas mit einem Headset zu tun zu haben. Und hier auf dem Seitenaufkleber haben wir tatsächlich eine neue Begrifflichkeit. Headset Infinity. Herzlich willkommen zum Unboxing-Video vom Infinity Headset. Weltpremiere heute hier im Unboxing-Video. Machen wir es mal auf. Wir sehen hier ein Travel-Kit. Ein schönes Case. Dieses Case enthält unsere neueste Produktentwicklung, nämlich ein sehr modernes fortschriftliches Headset. Wir nennen es Infinity, deshalb weil es unbegrenzte Möglichkeiten hat. Die unbegrenzten Möglichkeiten sind in einem weiteren Video erklärt und heute geht es darum, was finden wir denn jetzt hier in diesen Travel-Kit. Das Travel-Kit enthält das Headset, ich nehme es mal kurz raus, und zusätzlich halt auch noch On-Ear und Over-Ear-Pads. Diese Over-Ear-Pads erhöhen nochmal die passive Noise-Reduktion und führen natürlich dazu, dass ihr noch ein bisschen mehr abgeschottet arbeiten könnt. Und wenn das nicht so ganz gefällt, wer etwas mehr von der Umwelt mitkriegen möchte, dann haben wir hier die normalen Pads und ihr könnt die normalen On-Ear-Pads relativ leicht aufsetzen. Ich kann euch das einmal auch kurz zeigen. Ihr braucht nur einmal das Pad zu drehen und dann könnt ihr das sehr leicht aufsetzen und schon ist es gewechselt. Was haben wir noch? Wir haben dieses Headset entsprechend so vorgesehen, dass ihr als allererstes bitte hier zur Betriebnahme die Akkukappe abnehmt. Der Akku ist ein Lithium-Polymer-Akku. Dieser Lithium-Polymer-Akku hat eine kleine Schutzvorrichtung für den Transport, damit sich nicht entlädt. Die müsst ihr erst entfernen und dann setzt ihr einfach das neu auf. Anschließend könnt ihr den Hinweistext dort entfernen und nun habt ihr das Headset Infinity komplett zur Verfügung. Dieses Headset Infinity ist ein schnurloses Headset und es unterstützt verschiedene Technologien. Es unterstützt DECT-Technologie, es unterstützt Bluetooth-Technologie und ist in der Lage auch noch, sich mit einem DECT-Multizell-System zu verbinden. Es hat einen flexiblen Mikrofon-Boom-Arm, der flexibel in die Position gebracht werden kann. Auf dem Headset sind verschiedene Tasten drauf, es hat eine Lautstärkeregelung, ihr könnt Bluetooth und DECT aktivieren einzeln und insofern habt ihr sehr, sehr flexible Möglichkeiten, wie ihr mit diesem Headset arbeiten könnt. Und das Schöne ist eben, das ganze schnurlos in dem Travel-Kit habt ihr einen DECT-Dongle. Ich lege es mal hier so ein bisschen mehr in die Kamera. Mit diesem DECT-Dongle verbindet ihr diesen Dongle mit einem normalen USB-A-Anschluss beim PC und dann könnt ihr das mit eurem PC koppeln, per Schnurlos, per DECT, hochwertige Audioqualität, hochwertige Reichweite, wesentlich mehr als Bluetooth und dann habt ihr eine super Softphone-Verbindung in Verbindung mit unserem Acquio-Dashboard. So, was haben wir noch im Travel-Kit? Im Travel-Kit haben wir natürlich noch eine Anleitung. Die Anleitung erklärt als Schnellanleitung alle entsprechenden Funktionalitäten und die Inbetriebnahme für dieses Infinity Headset. Selbstverständlich auch in Verbindung mit der LED-Funktion. Das Headset hat sehr aussagekräftige LEDs, die hier mit aufgelistet sind. Und zusätzlich haben wir natürlich auch noch ein entsprechendes Ladekabel. Dieses Ladekabel ist ein USB-A auf USB-C, wo ihr dann dieses Headset direkt mitladen könnt. Ja, das war's schon mit unserem Unboxing-Video. Wir haben noch ein weiteres Video, wo wir auf die Inbetriebnahme eingehen und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, um die nächsten Videos immer gleich frisch auf den Tisch zu kriegen. Herzlichen Dank, euer Lars Brückner.